Yo Leute und damit Willkommen zurück zu Minecraft Material Energy mit dem Flash Mit Black Hi Centus ist auch da Hallo Nennt ja eh keiner Nein Black ist unser Gast heute, weil der denn nicht da ist Da haben wir uns nen dritten Mann gesucht Probleme mit seinem Renderprogramm hat Zumindest ist es so meinetzer Stand Ich glaube er hat ein Problem mit seinem Renderprogramm Ja meine ich eben, dass er wahrscheinlich immer noch hat Ja bestimmt, also wir können ja Soweit er auch so spielen, ne Black, wir kriegen das auch mit dir hin Könnt es eigentlich immer als Gast so ab und zu bei, wenn du da Lust und Laune zu hast Ja aber der fängt an, ein BTF rumzäunen, weil er nicht da Ja das hab ich zu entscheiden Machst du gar nicht Sollen wir mal die E-Mail wechseln? Ich hab grad schon ausgemacht, ich hab nur grad keinen Platz für irgendwas hinter Musst du nur die andere rein tun dann Ja wusste ich denn, lass mal hier vorne noch ne Kiste hinsetzen, ne Doppelkiste Wir sind doch hier hinten Hm, okay Hast du eine mit? Brauchen wir die Miner's Delight? Ich weiß nicht welche das war, ich glaube die Miner's Delight Erstmal fast da runter springen Das solltest du nicht Wir haben doch grad gesagt die Ebene ist schon weg Ja, aber ich hab keine Ahnung, ich hab nicht mehr gespielt Ja, Miner's Delight Die Wüste ist das Mhm So, Essen, Futter Futter, Futter Ähm Loll, ich nehm mal da hochkommt Hier Äh Ist kaputt aber So Achso, nicht die, ja die Schuhe irgendwo hinpacken Hier Ok Obwohl ich die letzte Aufnahme aufgehört hab, werde ich jetzt erstmal noch weitermachen und zwar Das ist unser Ding ans Die müssen beleuchtet werden Die Quests fürs Wasser werde ich machen Ist die noch nicht fertig? Nein Okay Gerade mal 34% Stain Ah ok, äh Biosphäre Ja, die hatten wir schon Hatten wir das Mesa? Ne, das Mesa hatten wir auch noch gar nicht benutzt Ne, hatten wir noch nicht Leckerste Essen mit, ja ne? Das haben wir beim ersten Mal, wo wir aufgenommen hatten auch nicht, wo das dann alles für'n Arsch war Da hatten wir auch glaube ich nur bis zur Wüste Ja genau, stimmt ja Essen und so musste ich immer selbst kümmern Ja Äh ich nehme mal Ja 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 genau Mach doch Ist der dafür da Warte mal was war denn hier nochmal Sache, war irgendwas mit Sandstone oder für was Ja Soll ich mir vielleicht auch eine Schaufel mitnehmen, ne? Ja ich muss mal gucken Zertus Quarz ist angesagt und Nein 1.100 Clay 1.100 Clay 1.100 Clay Der Clay, der fehlt auch nicht mal so Äh Warum der Menschen, also ihr müsst irgendwie, dass wir bald in eine neue oder außerhalb kommen, endlich Ja Ja Doch hier waren wir schon mal drinnen, hier war ich mit Dirtcreeper Hi mein Freund Ja hier ja Aber nicht in Meser Meserbio Ne Das Meser haben wir damals nicht benutzt Ja wir können rauskommen, ich weiß wo der nächste Elevator ist, da müssten wir nur ein paar Blöcke wegmachen Ne Blöcke nicht wegmachen Da die ja nur im Weg sind Aber ich bin der Meinung, wenn wir eine bestimmte Quest irgendwie erledigen, dass das dann automatisch weggeht, ne? Mhm Hi Hi D Na, wolltest du rutspringen weg? 42% Wolltest du grad eben Hi Dede sagen? Ja Das ist voll unverwirrt Nein, 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 nein Loot, Loot, Loot Ehhh Eisen Oh Jockey Ja genau, das müssen wir alles mitnehmen Aber wir verraten das halt noch nicht, wir nehmen halt immer nur Steinsachen Und halt jede Kiste, die, das hab ich jetzt vergessen, immer abbauen, wenn sie leer ist Mhm Kann mir immer ein bisschen Kabel Ja und ich brauch noch ein bisschen Kohle Kabel, Kabel, Kabel Hast du Fackel mitgenommen? Ne Ok, ich hol gleich noch Fackeln Da stirbt irgendwas Das ist ein Skelett Vielleicht der Spider Jockey Da ist irgendwas da verkehrt Ok Wir müssen diesen mittleren Raum hier auch mal ausleuchten Den, ja, da wollte ich was einrichten, aber mal gucken So, mal gucken, dass wir mal vielleicht ne Eisenspitzehacke machen für paar Dinger Ja Ja Und ich muss meine Brightness erhöhen, das hab ich letztens beim Video gesehen Aber die ist, die ist hoch Ja Ja, komm, schlag uns nicht hier hoch, wo bist du? Und bedenke Black, wir haben hier Leben, ne? Ja Hallo Halt Centus Halt Centus Gab's hier nicht auch, war das nicht, dass hier auch Clay gab's irgendwie? Ne, Zertus Quartz, oder glaub ich hier die Sache Aber ich bin der Meinung, hier gab's auch Clay, das muss man nicht unbedingt noch brauchen Ja, hundert Stück Ähm, den ganzen Construct? Nein Kommst du da jetzt auf? Weiß ich nicht, einfach so Oh, ich hab Zertus Quartz gefunden Geht eher hier nach, dass wir die Questen erledigen Nur, dass hier diesen riesen Vorteil ist Die ganzen Biomen ändern und sowas, voll geil Ja, ist das auch, das stimmt Ähm Okay, Black ist da Den Stein behalte ich mal Naja, ist ein bisschen blöd, ne? Ja Warte, mach ich so Okay, okay Hm Fertig So So Haben wir jetzt die Treppe nach oben? Ja Dann nehmen wir auch noch ein paar Fackel mit Okay Der hat eben oben irgend so ein Feuerelement angezeigt, aber keine Ahnung Das ist die Leiter Ey, die hat die Kohle Soll ich ein bisschen Kohle abbauen? Kohleerzen? Die, die in der Kiste sind? Ja, ja, kannst du machen Die kriegen wir durch die Quest Ja Dann können wir die Teile eröffnen Das ist immer Ja, ich hab grad ein bisschen Wir machen immer so, wenn das Drei Werkzeuge ist, dann Jeder nimmt dann ein anderes Ja, das hätte sich doch wieso gemacht, das ist schlau Ja Wenn das jetzt echt voll beschissen wäre, würde ich einfach mal sagen, dass alle dasselbe nehmen Ja, bisher waren es immer so Sachen Ja Ich bin auch der Meinung, wir haben irgendwo ein Schwert drin, das durch Energie aufgeladen wird Glock Und das Das ist uninteressant Hm, dann kann der Kompass Ja, so Äh, wo hatten wir die Coinse in der Fressenskiste, ne? Ja Immer in die Fressenskiste rein Ah, ne Achso nicht, dass du die jetzt für irgendwas verwendest, ne? Ne, ne So, Fackeln hab ich mit Fressen hab ich mit Das mit dem Wasser, das bringt uns 100 Coins Zwei Reward Bags Natürlich nice Eine, ein Wasser Cane und ein Butter Bucket Fackeln haben wir genug, ich brauch jetzt noch eine Spitzhacke Spitzhacke 15% erst Ah Ja, pumpst du rein, oder nimmst du den Eimer? Ich hab hier zwei Tanks stehen noch Und da drüber Die fülle ich immer und dann pumpte ich das automatisch mit rein Weil sonst ist das scheiße Black, wie viele Schwerte hast du? Eins Ah, das wird dir nicht ausreichen, ich bring dir mal welche mit Ne, ich komm, ich bin da von oben Okay Machen Alles G Alles okay Du brauchst einige, wir bleiben immer, ich bleib immer Zum Beispiel mit D, da bin ich mal ziemlich lang unten geblieben Bis halt Essen knapp war Ja, in der Zeit hab ich was anderes Ja, in der Zeit hat Centos Der ist fertig gemacht Noch was gesucht oder so, wenn mir was gebraucht hat Die Quest Aber so wie ich jetzt einfach immer die Das Wasser rein kippe Ne, ich hab jetzt vier Ersatzschwerte Und äh, drei Ersatzspitzarten Ja, ich hab auch vier Spitzhacken und drei Schwerter mit Ja, ich hab auch vier Spitzhacken und drei Schwerter mit Bestimmt alles Bestimmt alles Noch dunkles Oder ja, ich sterbe Oh Ja Leck Du hast noch zehn Leben Du hast noch zehn Leben Tut mir leid Von elf Stück Kann man nicht eingeben eigentlich wieviel Leben man hat Dann sieht man aber ja im Buch, ne Ich hab mich einfach in den Tod geschlagen Ah, warum sind das so viele Ach, hast ein Feuerskleid? Wo ist denn dein Grab? Dein Grab ist ja noch da Stimmt ja, das zählt ja für alle mit den Leben, ne? Was? Oder wieviel hast du in dein Buch stehen? Äh Keine Ahnung Wie ging das denn nochmal, dass ich da rausklicken konnte? Einfach rechtsklick Ein Buch Und wenn du auf ne Quest noch drauf bist, direkt dann nochmal auf den Reiter von der Quest klicken und dann geht er raus Siehst du das? Zehn Ja, dann zählt das für jeden Oh ne, das kann schon tödlich werden Da müssen wir echt aufpassen Scheiße Das kann wirklich ganz schön tödlich werden dann Aber äh Vier mal Erde Aber äh Wenn wir echt gut sind, wir kriegen ja nach und nach auch durch die ganzen Questen Auch nochmal welche Ja klar Das Skelett nervt mich da hinten etwas Die Spinnen sind gar kein Problem Kann ich jetzt so ne Strongbox Strongbox abbauen eigentlich? Also die musst du gucken mit der Schwitzhacke, zeig die da an Nö, nicht wirklich Weil ich brauch die für ne Quest Nö, nicht wirklich Nö, nicht wirklich Deine Mutter, deine Mutter Deine Mutter, deine Mutter Ne, eigentlich ist das ja egal, wenn da was drin ist Deine Mutter, deine Mutter Die behält das halt trotzdem drin Aua So, dann müssen wir wieder runterkommen, Bleck Deine Mutter Deine Mutter